Fußball bedeutet mir, alles ist Leidenschaft. Diese Trainingseinheiten hasse ich am meisten. Dauerlauf, Joggen, also rausgehen und relativ viel Langstrecken zu laufen. FIFA spiele ich mit, Eintracht Frankfurt. Das kann ich überhaupt nicht. Ball hochhalten. Meine Mitspieler nennen mich, Sebi. Nach einer Niederlage bin ich immer deprimiert. Am Ende der Saison stehen wir mit der SGO bei Liederbach. Ich hoffe, im gesicherten Mittelfeld bzw. in oberer Tabellenhälfte. Neben dem Fußball ist das Wichtigste für mich, meine Familie. Mein bisher schönstes Fußballerlebnis war, das Hessen-Bokalspiel gegen Kickers Offenbach. Der größte Holzfuß, den ich kenne ist, der größte Holzfuß in unserer Mannschaft ist Danny Piazza. für dich, mein Wolf Food team ist einzenswahl. Bis zum nächsten Mal. »